So, jetzt kann Black Devil ungeschorene hier hin. Die Stürmer müssen vorrennen auf jeden Fall. Ist hier irgendwo eine Tür? Da, ne? Sonst nicht? Ich habe Geräusche rechts gehört, das macht mir beunruhigend. Äh, Spectre habe ich jetzt. Gehen wir da hin. Ist eine gute Taktik, wenn Tridophysis oben irgendwo rumläuft. Wird gemacht. Leider ist der Weg ein bisschen zu lang. Wird schon mal davor laufen. Dann haben wir nämlich alles. Irgendwo läuft noch ein Sektopode rum, der macht mir nämlich Angst. Kannst du mal da hochreißen? Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Vielleicht siehst du da ein bisschen mehr. Gut, Gebiet rechts ist sicher. Ähm, da ist Cowboy in der Nähe. Ich hätte gerne den in der Nähe von Tridophysis. Wenn da ein Sektopode auftaucht, dann muss er so schnell vernichtet werden. Okay, Korrektur. Das war direkt hinter der Tür. Geh mal runter. Und mach mal Feldposten. Mir entgeht nichts. Mach nämlich jetzt die Tür auf. Schon unterwegs. Na los, zeigt euch. Bin dabei. Backdabble möchte sich mal bitte da hinstellen. Siehe los. Dann machst du mal Feldposten. Geh mal Feuerschutz. Trillo, geh mal runter. Geht klar. Der macht mir nämlich am meisten Angst. Vor allem da, wo er jetzt ist. Wenn er wirklich hinter der Tür steht. Was nicht der Fall ist. Mir entgeht nichts. Pst. Habt ihr das gehört? Haltestellung. Hm, hab ich mir schon fast gedacht, dass er da hinten ist. Boah, das ist der Meck. Sektopol ist aber auch in der Nähe. In der Nähe. Meine Stimme macht immer so irgendwelche Ausreißer. Bei dem ein Sturm und Schuss bitte. Ne. Ah, bleibt der böse. Aber der kann ja auch so. Positiv. Oh. Wurde entdeckt. Habe Blickkontakt zu einer Advertstellung. Gleich auf Feuerschutz. Ihr habt einen Arsch offen, ihr Penner. Hm. Rücke vor. Er sieht's hier natürlich nicht. Sieht der Feuerschutz. Er kann ja auch nicht um die Ecke schauen. Oh, das ist so kacke. Ah, Specter. Tür auf. Ich brauche mal ne Granate da hinten. Feuerschutz entfernt? Ja, sehr gut. Wenn es sein muss. Schließe neue Freundschaft. Ich will mal probieren. Ich will mal probieren. Zumindest betäubend. Das andere ist mir ein bisschen zu riskant gerade. Ein Kinderspiel. Nur noch diese beiden. Wird gemacht. In Ordnung. Äh, das läuft nicht so nach Plan. Das läuft nicht so nach Plan. Der Sektopode ist nicht da. Ich glaube, der taugle ich auch. Das war gut. Das war ne... Voll die Rüstung zerschreddert gerade. Und den mit gleich mit. Feindliches Ziel erledigt. Zielobjekt lokalisiert. Cool. Ja, toll. Gut gemacht. Das hat weh. Auf die Pflanze. Auf die Pflanze. Ich brenne hier. Ja, ja, ja. Geh weg. Nicht ablenken. Das meine ich haben. Klingt machbar. Haben wir es mit Edwin zu tun. Natürlich haben wir es mit Edwin zu tun. Was denkst du denn? Oh man, da ist so viel Leben. Meine Seins 5, das ist das Notsignal. Rücken Sie vor und schalten Sie es aus, bevor die Aliens das UFO finden. Ach man. Darf ich nicht einfach mal schießen? Ach man. Ach doch, alles kaputt hier. Ich will die Rüstung zerschreddern. Ziel getroffen. Minimaler Schaden. Hab keine Munition. Stecher Bonusaktion. Halte Stellung. Was ist da drüben? Ein Sektopode. Kann nur auf den Crit hoffen wir auch. Von der Rüstung abgeprallt. Bin dabei. Zweite Schredder. Jetzt hat er keine Rüstung mehr. Mann, da haben die viel Leben, ey. Brauche Munition. Eins. Und zwei. Das war doch klar, oder? Ja. Da ist nun von hier dahin gleich mitgeschreddert. Genau noch Plan. Der müsste noch betäubt sein eine Runde lang. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Hier hin bewegen. Um das Notsignal abzuschalten. Was? Der lebt? Scheiße. Verschätzt. Sie kommen von der Seite. Sie kommen von der Seite. Ja, das tut jetzt weh. Ich kann einen Filfer gebrauchen. Ja, aber Medikits haben wir. Geht gleich in der Tasche. Ah, jetzt direkt ein Schild. Jetzt ruft die Fresse. Stehe unter Bischofs. Ich koche hier schon. Das Feuer wird schlimmer. Joa. Wer hat ein Medikit? Hallo. Erstmal hacken. Infiltriere System. Ich muss auf den Letztdrücker ey. Das ist unmöglich. Natürlich nehme ich das. Verzögert die aktuellen düsteren Ereignisse um zwei Wochen. Das ist gut. Ist ja schon besser als das hier. Cool. Finde ich gut. Notsignal entfernt. Wir haben das Alien-Not-Signal abgeschaltet. Der Himmel scheint ruhig zu sein. Ich glaube das war seine Deckung. Viel steht noch. Ja, die hat er noch. Boom! Der Himmel. Scheiße, da ist noch einer. Wenn es sein muss. Ich darf das nicht unterschätzen. Da ist noch ein Mech. Der kann uns noch gefährlich werden. Warum kannst du nicht nachladen? Hast du etwa keine... Was ist denn das? Zu wenig Muni? Das kann ich machen! Warum? Weil sie brennt oder wie? Ah, es ist zu heiß. Ich kann nicht nachladen. Patsch. So. Einer weg. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Ich habe kaum noch Munition. Im Deckung. Ich stehe wie ein Kaubehör vermitten auf offener Prärie. Ich brauche hier etwas Hilfe. Black Devil, kannst du mal bitte zu ihr gehen? Blacky, wo bist du denn? Geh doch einfach zu ihr. Geht klar. Und dann heile sie um sechs Punkte. Du kommst in Ordnung. Jetzt brennt sie nicht mehr, ne? Ne. Noch mehr Glück hat er nicht. Ich bring ihn mal außer Gefahren Reichweite. Oh, da werden alle krankgeschrieben, habe ich das Gefühl. Es kann losgehen. Wird schon nichts passieren. Klatsch. Den habe ich ganz sicher erwischt. Manus 1 5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja. Gut. Es gibt, glaube ich, Vorräte, ne? Cool, diesmal war ich der mit den größten verursachten Schaden. So sieht's aus. Ah, das war auch schon... Das stimmt, das war schwer. Das war sehr schwer. Das hätte auch übel ausgehen können für meine Leute. Ich habe ja den Sektor Boden nicht gesehen. Wäre draußen gewesen, was ich eigentlich erwartet hätte. Dann hätte ich, glaube ich, mehrere Leute auf ihn angesetzt. Eigentlich fast alle. Bis auf den Hacker. Und vielleicht... Die beiden hätte ich dann wahrscheinlich reingeschickt. Das wäre so meine... Idee gewesen, eventuell. Müssen wir nie wieder erledigen. Ja. Toll. Klatsch. Oh, wir haben eine Beförderung. Zum Major. Wächter. Bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschutz besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss abgefeuert wird. Wenn du all deine Aktionen auf die Bewegung verwendest, erhältst du am Ende auch automatisch Feuerschutzschutz. Ähm. Ich glaube, ein Doppelschuss ist gar nicht schlecht. Bei jedem erfolgreichen Feuerschutzschutz besteht eine Chance von 50%, dass ein weiterer Schuss... Außer durch Munition und geeignete Ziele ist die Anzahl der Feuerschutzschüssel, mit der der Wächterfähigkeit gegeben werden können, nicht begrenzt. Nehme ich auf einmal mit, ne? Nie schaden kann es. Es gibt nie Schaden. So, er ist schwer verwundet. Die Granaten beenden die Runde als erstes nicht. Finde ich gut. Ja, das war's. Wir kriegen Vorräder. Elyrium-Kerne. Elyrium-Kerne. Kristalle. Und Zeug ohne Ende. Sehr gut. Es läuft. Das heißt, jetzt können wir uns auf jeden Fall nicht das Ziel davor bauen. Schade. Da würde ich sagen, baut doch einfach mal das Energierelais. Okay. Bau des Energierelais eingeleitet. In sechs Tagen ist das Ding fertig. Wenn wir schon mal dabei sind, baut auch gleich die Verteidigungsmatrix. Bau der Verteidigungseinrichtung eingeleitet. So. Offensichtlich kann da nur einer arbeiten. Kann man nicht mehr verbessern. Schade eigentlich. So, naja. Das reicht glaube ich auch erst mit Freude. Hab ja schon lang genug aufgenommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und... Bis zum nächsten Mal. Bye bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.